Kuckuck, da ist er wieder! Bioshock! Wir sind immer noch nicht ganz Herr unserer Sinne. Und wir haben uns das jetzt schön zugebaut, weil wir einfach nur dumm sind. Und mit wir meine ich mich. Was gibt es denn hier? Verbandskasten. Das reicht erst mal. Ich bin echt am Rätsel, ob wir hier schon mal waren. Das sieht irgendwie alles noch so neu aus hier. Also unbekannt. Und jetzt wechselt wieder. Moment. Was? Schnauze. So, I-Spritze. Kuchen. Alter, was soll denn das? Was? Hä? Hä? Es fehlt nur bei menschlichen Gegnern, was? Leiche. Splittergranaten. M-G-Patronen. Schraube bisschen Geld. Was ist denn das hier? Oh, Splittergranate. Kontaktmine. So kühle die Bulls ein. Naja, das bringt mir halt auch nicht so viel. Ah, Splitter. Schön im Geist gelaufen. Wie sich das hier hört. Das ist zugenagelt. Also können wir hier weiter gehen. Ich hätte heute das sei gespannt. Nur verrückte Leute. Hey du, wo willst du hier gehen? Nicht mit dir. Winterblast 3, soweit bin ich mich auch noch nicht. Das ist manchmal ein bisschen butsch. Nein! Kann ich die hängen? Nein! Ja, sind wir mal faul. Gen-Band austauern. Ich habe so viele Bolzen an die verschwendet. Oh. Schon noch ein... Oh. Hat er die jetzt? Ist das abgebumst? Nö. Gott, hier muss ich hin. Ich wollte das mal zur anderen Seite. Ich habe wahrscheinlich eh schon viel zu viel verpasst. Eier. Eier. Oh, hier. Oh, was ist das? Medical Expert 3! Yes, baby! Ja, erstmal. Wir spülen, wie sich das gehört. Aber hinsetzen würde ich mir auf das Lohn nicht mehr glaube ich. Da würde ich von Weitem drauf zählen. Das ist wahrscheinlich die bessere Alternative. Ab. Von hier kommen wir oder? Ja von hier kommen wir. Dann gehen wir doch in den Psycho Raum. Klinischer Versuch. Protector System Plus Meet. Charge Nr. 255 Dr. Souchong. Kunde Ryan Industries. Ein sehr frustrierender Tag. Ich kriege die verdammten Big Daddies einfach nicht auf diese kleinen Gören geprägt. Die Beschützer halten dort sich einfach nicht auf. Hau ab! Vielleicht wenn ich dieses genetische... Weg da! Papa Souchong! Papa Souchong! Papa Souchong! Papa Souchong! Papa Souchong! Papa Souchong! Hau ab du dreckiges kleines Miststück! Okay. Oh! Was? Du bist immer wieder gestorben? Auf jeden Fall sind die Big Daddies geprägt würde ich sagen. Also nehmen wir den Versuch. Du bist jetzt frei. Zu Chance Drogen sollten keinen Einfluss mehr auf dich haben. Nimm die Tauchgrube zum Point Prometheus. Es wird Zeit, dass diese Angelegenheit ein Ende findet. Ah. Bitte mal wegrennen. Geh zum Point Prometheus. So. Den tun wir mal wirklich hacken. So. So. Muss ich mich direkt mal konzentrieren. Ne. Das wäre ja direkt falsch gewesen. Ne. So. So geht's. Na komm. Ich bin ja süß wie die. Ach kacke. Ich muss auf jeden Fall. So, ja ich spiel bis die Kacke zusammen, aber Ihr kennt nicht. Ich höre irgendwas. Muss ja dann doch noch einen Ort fetten Endkampf geben. Hab ich eigentlich alle? Ja, hab ich. Okay, Leute, dann hat den ja das Seil gespannen. Oh, oder? Na, das sollte mir eigentlich helfen. Mal sehen. Hab ich die schon? Hat die schon? Oh, ich hab noch richtig viel Munition. Nicht. Dein Licht dringt sogar bis in die Finsternis hier unten. Die Blumen waren die Fans auch schon da. Ich werde Mr. Ryan suchen. Ich werde dich mit meiner Rache verfolgen. Na, kommt ihr mal. Na, komm. Kommt. So, und nicht anders. Ah, Moment. Die habe ich lange nicht mal fotografiert. Habe ich die auch schon mal fotografiert? Die habe ich schon mal fotografiert. Und den zweiten Bot? Was ist das denn? Das ist ein dritter Bot? Yes. Was? Na, zum Ende hin verstehe ich das Spiel langsam. Habe ich ohnehin so auch fotografiert, oder? Was? Das ist nicht zum Fotografieren, oder was? P-Untersuchung. So. Ich hör was. Aber ohne Little Sister. Uninteressant. Rosis haben fast... Ah. Für Erfindung. Selten. Naja, jetzt suche ich keine Rosi mehr töten. Moment. Hatte ich ihn ja eigentlich... Ich hab's für dich getan, Vater. Dir zur Freude. Was? Ah! 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 Jetzt kann ich mich ausrüsten. Was habe ich denn? Was habe ich denn wenig? Wo ich mir grad nicht sicher bin, ob ich das sehe. Auf jeden Fall Techniker. Auf jeden Fall brauche ich da was. Und vielleicht... Ich hab genug. Guck ich kann ja eigentlich bei allen dreien mal. Entschuldigung bin ich ja aufs Mikro gekommen. Techniker Slot. Kampf Slot. Körperslot. So, jetzt gehen wir mal gucken. Was wir so haben. Hier haben wir... Eveling Plus. Eveling Plus haben wir. Das ist eigentlich ziemlicher Quatsch sonst. Medica Expert Plus. Extra Notation Plus haben wir alles aus. Sicherheits... Eveling Plus. Eveling Plus. Brauchen länger? Weiß ich nicht. Oh, das ist zum Beispiel nicht schlecht. Eveling plus ist ja alt. Eveling Zaver. Das nehmen wir einfach jetzt mal. Techniker. Was haben wir denn jetzt dazu bekommen? Ich ile zwei mal. Das ist ja dumm. Slaver Inventor. Weniger benötigt. Produktiver Erfinder. Ja, würde ich sagen. Haben wir hier was, wo ich sehe? Das ist ja dumm. Wie ist das doch? Human Inferno. Frozen Field haben wir schon plus. Statische Entladung. Damage Research. Da ging es zu physischen Schaden. Human Inferno ist wohl geiler. Wie haben wir eigentlich alles? Also Luft. Sonic. Wir könnten natürlich das nehmen. Ups. Abfackeln 3. Was haben wir denn sonst noch mal so genommen? Reduziert massiv die Geschwindigkeit. Abfackeln. Wäre schon mal nicht so schlecht. Cracking Expert. Na ja, fuck it. Alarmplatten. Da hätte mir wahrscheinlich schon geholfen. Aber... Da ist auch nichts dabei, wo ich sagen könnte. Das bräuchte ich jetzt unbedingt noch. Gucken wir mal, dass wir ordentlich... Safe Cracker. Wahrscheinlich geht das schon nicht besser. Ah, da wird man wohl wahrscheinlich hier finden. Ah, ich will jetzt keine Munition kaufen. So, gehen wir mal weiter würde ich sagen. Ich habe fast reingerannt. Da hinten. Oh. Das ist schon ein bisschen einfacher jetzt. Wir müssen da runter. Also runter. Rüber. Das ist dumm. So wird ein Schuh draus. Jetzt bin ich nur eins rüber. Und eins runter. Und schon haben wir es. Und schon arbeitet die Kamera auch für uns und nicht gegen uns. Das ist schon mal viel wert. Abfackeln 3 bringt der auch was. Oh. Haha. Wenn man das Spiel falsch gespielt hat. Was? So gehen wir hier lang. Steady. Okay. Genau das wollte ich doch. Komm her. Du Kackbot. Ich bin gesprungen. Das müssen die eh geben. Habe ich dich schon fotografiert. Habe ich dich schon fotografiert? Kann man nicht die Kamera fotografieren? Ne. Schau mal nicht. Genau das. Oh Mann. Ich bin dumm. Das war ja echt oft. Das ist schlimm. Ich muss schon. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Oh jetzt kämpfen sie aber. Man muss keine Stadt bauen, damit die Leute einen anbieten. Es reicht schon die dummen Köpfe klausen zu lassen. Sie werden mit angeboten. Das ist das Problem, da oben ist. Das ist natürlich schon wieder schwer jetzt. Ich muss da durch die Mitte, also so und so, hoch, hoch, rüber, 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 rüber. Da muss ich wahrscheinlich gar nicht mehr hin. Ich hab halt jetzt nicht mehr so... So, ein nervendes Kackschwein. Ah... Alter, hau ab! So... So... Komm! Alter, das ist ja eine Wix-Fresse. Ich bin aber mies. Ein Tagebuch, immerhin. Die Leute haben gelernt, mir zu vertrauen. Mir, Ryans Geliebter. Nein, sie haben mich nicht verstoßen. Sie haben mich schließlich sogar zu Atlas gebracht. Ohne ihn... Hätte ich mir wahrscheinlich sparen können, aber... Ich hab' ihn gefragt, ob er einen Aufstand gegen Ryan anführen würde. Aber er hat nur gesäuft und gesagt, er sei kein Befreier. Befreier wird es gar nicht geben. Und die Menschen würden sich schon selbst befreien. Ich habe immer geglaubt, Andrew Ryan sei ein großartiger Mensch. Hm. Wie dumm ich doch war. Ja, das stimmt. Aber viele lassen sich halt blenden. Ist doch halt auch nicht anders, oder? Seid mal ehrlich. Wer tut denn hier vor sich rumstühlen? Oh... Oh... Sagen, wir waren schon 300 Mal, aber trotzdem vergesse ich hier noch was. Hallo? Das geht natürlich nicht, aber ich wollte einfach nur weg von dir. Konnte ich die irgendwie wegmachen? Oh, Herr, ich hab dich für Geld verrasen. Nö, konnte ich nicht. Ich kann schon Heulboieren manchmal, kann das sein? Napalm. In die Eve-Spritze. Na, Napalm. In die Eve-Spritze. Na, Napalm. Pistolenkugeln... 오�istely Nixon. So... Das ist halt die große Frage, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Boah. Ja. Ach so komme ich hier raus. Jetzt muss ich noch hoch, habe wahrscheinlich irgendwas verpasst. Ich bin ins erste Zimmer gerannt. Du kannst dir mal weg gehen, bitte. Ach man, du nervst. Hallo. Was haben wir jetzt übersehen? Halt dich. So. So. Eine EVE-Spritze. Immer gut, große, dicke Freundes. Ach man. Also. Was soll denn das jetzt? Nein! Nein! Och das ist sinnlos! Da rennt man rein, übelst wie Mutti zu erhaschen und dann voll für den Arsch. Aber ich sage, wir machen ja einen kleinen Cut. Ich muss dann ein bisschen Verbandzeug suchen. Bis zur nächsten Folge, auf Wiedersehen!